Der Dustin hat mich rausgefordert, weil er ein Hurensohn ist, hat er zwar nicht, wir machen einfach weiter, weil wir sind geil. So, die Sonde. Wir sind gar nicht geil. Ja stimmt, wir sind Hundescheiße. Wir sind richtig rund wie scheiße, nee, rund? Hast du gerade rund gesagt? Nein, Hund. Hundescheiße, wie das Tier. Jada gegen Uta. Uta. Und ja, wird aber immer noch der gleiche Scheiße wie in der Netzaufnahme. Da wüsst du halt gerade auch mal fünf Minuten her, dass wir das aufgenommen haben. Nein, drei Sekunden. Na, drei Sekunden ist noch schlimmer. Ich kann wundern, dass die Leute uns nicht gucken. Bei so einer Missgeburtigkeit, ja. Das machst du. Ich gebe auf. Das wird jetzt nur einmal, ne? Dann spiele ich den Möhrle-Gräuber. Oh, er ruft Verstärkung. Er kann nicht allein in den Kampf. Rekrut der silbernen Hand. Kommt nach Deutschland. Litt ihn in die Hand und breit, ich bin der Mann. Ich dachte schon, du hast jetzt den Badrassistisch. Rassistisch raus. Nein. Ich doch nicht. Stimmt. Das wird dir nie in den Sinn kommen, ne? Kommt nicht in den Sinn. Niemals. Da spiele ich für eine Karte. Nein, stimmt. Topt. Hauptsache Bord leer. Ja. Du kannst mir keinen Schein reindrücken. Weißt du, das ist ein Sturm. Mama, ich brauche noch ne Karte. Brauche ich nicht, aber ich habe sie. Mama, ich brauche noch ne Karte. Brauche ich nicht, aber ich habe sie. Mama, ich brauche noch ne Karte. Brauche ich nicht. Aber ich habe sie. warum hast du nicht okay du hättest aber die 1 1 er platt machen können die war viel gefährlicher ja total er sucht ja beweisen ok aber das geht aber das gesamte tod ich bin euch alle um bring euch alle um das erste mal wieder leuten props gegeben mann melone geht doch ja fick dich doch eine hüllenmutter habe ich glaube nicht so was hat verlangen danach nicht zu trinken tut mir leid aua ups aua ups aua ups aua aua bortkönschuhe hauel bitch nein die sind geschlossen wir haben jetzt schon 21.05 da sind die tore nicht mehr offen meinst du es heute nicht hat geöffnet ne wir sind nicht ach schade heute ich dachte heute ist tag auf dem tür wer ist das in 65.000 stund das finde ich jetzt aber gemein also nett finde ich das nicht was du hier abziehst ne ne wieso das aufziehe ich erst erstmal zwei karten ok ich ziehe genau die gleiche karte die ich sowieso gezogen habe also ich halte jetzt zweimal die gleiche karte aufhand so dein ansturm ist nämlich so uninteressant der kriegt gerade mal meine heldenfähigkeit bumm gefickt die tore sind geöffnet die tore sind geöffnet einsatzbereit mama ich hab noch mal den spacken ja heislon hm ah jetzt will ich mich besser ich mich auch da er hat zehnmaler kristalle und er nimmt die erste karte die er auf den schlachtzugleiter setzen will aber es doch zurückzieht weil er einen kleinen penis hat was wir natürlich alle wissen jetzt guckt er an erstmal was sein held überhaupt kann obwohl er gar nichts kann das ist eine sehr interessante fahrweise jetzt geht er auf den oga der felsflüste und entscheidet sich doch für die drei schaden auf den schlachtzugsleiter und zerstört diesen und ballert dann zwei schaden auf den typie drauf um dann seinen spott zu vernichten ich sollte keinen moderater werden nein zumindest nicht in diesem spiel ich hab mich gerade gewohnt ich hab mich schon gefragt wann ich aufhörst guck mal kennst du die boah junge die bin ich auf den sack mit dem scheiß boah alter ich hab mir grad sechs bilden wiedergegeben ja und jetzt hab ich den neuen abgezogen weißt du was ne das sehe ich gar nicht ein jetzt hält der sie boah boah es tut mir leid für den könig geht das hier es tut mir leid 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 Das wär nur 11-Karten, nicht 10-Karten. Ja, sag ich ja. Ja, hallo, dat ist ein 1-1er. Damit zerberst du es in mein Leben. Siehste? Du hast mir schon mehr Schaden angerichtet, als ich dir. Ah, noch? Sorry. Fick dich. Das war unkrieg. Nein. Doch. Nein. Ich würde das Bordklee machen können. Hey, die Karte brauche ich jetzt natürlich auch. Ja. Siehst du, weil ich wusste, dass du nur scheiße, Chris. Brauche ich jetzt noch kein Bordklee machen. Boah, Alter, jetzt kriege ich so übelste Bullshit-Karten gerade. Also das ist... Ich spiele Paladin nicht nur auf Basis-Deck, ey. Okay. Das ist richtig schlecht. Oh, da ich die gekriegt habe. Oh. Vor dem 1-1er brauche ich keine Angst haben. Hey, die Karte ist jetzt richtig geil. Pass auf. Ja, hallo. Du kannst meine Karte töten, ohne dabei selbst getötet zu werden. Wow. Noch zwei Rollen nicht getötet. Da ist eine andere. Ich kann ja... Vielleicht kriege ich ja verdoppelt den Angriff. Ja gut, dann... Jawohl, gib es ja mal. Erstmal machen wir das. Dann das. Dann das. Meinst du das mit Bordkontroll? Ja, die Karte ist natürlich auch geil. Was kriegst du denn? Leck mich aber mal. Spann, ey. Jetzt lief ich. Jetzt lief ich. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ja, ne? Das war hart, ne? Das war hart. Darfst du nochmal? Das macht sich schon gar nicht über die Mühe. Darfst du nochmal? Yeah. Ich will wissen... Pass auf, die Karte... Die Karte zerstört euch jetzt. Ich lief jetzt gleich. Pass auf. So. Komm, was bekomme ich denn da? Ah, okay. Machen wir das so. Machen wir das so. Machen wir das so. Und so. Bumm. Ja. Mit nem Bordkontroll. Sieg. Also Freunde, merkt euch, Paladin als Basisdeck ist mega schlecht. So, ein bisschen leiser gemacht. Und dann spielen wir mal... Mal das. In der Arena stellt ihr eure Decks aus zufälligen Karten zusammen. Darüber hinaus gibt es tolle Belohnungen zu gewinnen. Super. Lehrer gegen Malfurion. Lehrer gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Ja, jetzt auf der Hut. Cool. Zweimal die gleichen Karten. Kann ich gebrauchen. Aber die lieb ja. Aber die lasse ich, weil das ist cool. Ja, kann ich draus spielen. Da hat er nur den Heldengild. Kann ich die direkt ausspielen. Da da. Da 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 da. Okay. Du kannst noch besser spielen. Mein Gott, kannst deinen Husten mal woanders. Wat? Könnte ich jetzt schon mal spielen, aber das würde sich überhaupt gar nicht lohnen. Ah. Und wenn nächstes Mal, wenn du husten, ne? Verlass bitte den Raum. Wat? Wenn du nächstes Mal husten musst, verlass bitte den Raum. Warum? Weil du scheiße bist. Okay. Tschö. Tschö. Ich bin wieder mal aus der Aufnahme. Ich hoffe, dass dich meine Erfindung fällt. Los geht's. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Das sind die Gummibären. Alles klar. Heute mal Oldschool Musikfestival. Oldschool. Yeah. Sparken. Nur ich und Herr Beißerchen. Nur du und deine Mutter. Nee. Ja. Meine Mutter und ich. Das ist ein Vibe. Das war dein Vater. Alles klar. Äh. Soll ich das machen? Nö. Ich spiel das. Aua. Und kack auf deine Karte. Bö. Ja. Gibt's einen Fick drauf? Ja. Ich gebe keinen Fick. Gebe, gebe keinen Fick. Gebe keinen Fick. Gebe keinen Fick. Und da muss er nachdenken. Wie wird er weiter verfahren? Mit sieben Karten auf der Hand ist es schon eine harte Herausforderung zu wissen, was man spielt. Ein Nervodron. Oh mein Gott. Verleiht eurem Helden zwei Eingriff in diesem Zug und zwei Rüstung. Krass. Was soll ich denn damit? Ich stelle da, wenn euch das so ist, dann muss ich ja viel Leben wieder kriegen. Hallo? Das musst du ehren. Boom. Siehste? Jetzt hast du wieder 23 Leben. Ja, okay. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, aber ganz ehrlich, so richtig brauchen tue ich jetzt nicht. Boom. 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 Boom, 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 boom. Ich bring euch alle um. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Drecks Karten auf der Hand, ne? Ich würde sagen, bei den Aufnahmen könnte man meilen, wir würden KIZ abfeiern, dabei feiern wir, glaube ich, nur ein Lied ab. Ja, ich hab richtig, ich fände uns gar keine von dem so richtig. Ich würde nicht. Das soll eigentlich ganz gut sein. Das sind Marra. Die sollen eigentlich, eigentlich ganz gut sein. Das ist so wie 2 für 7ers. Ja? Jupp. Also so richtig behinderte Vollspacken. Mh, das nicht. Ja, aber 2 für 7ers sind richtig in behinderte Vollspacken. Ja, der Vergleich bezog sich mehr darauf, dass, äh, die nicht alleine sind. Ja, gut. KIZ hat Sinn hinter den Texten. Die sind gar nicht so unintelligent, die Texte von denen. Ne? Nö. Wobei manche krass linksgerichtet sind. Wie beispielsweise Bum, 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 ist extrem linksgerichtet, wenn du den Text mal anguckst. Naja, klar. Aber kommt man klar mit. Natürlich! Deine Mutter! Ja, okay. Immer doch. Ja, warum auch nicht? Ich hab ja auch nix Besseres zu tun. Du Lacka. So. Du Lacka, ne? Dann spielen wir halt so. Kannst du einen Scheiß-Spott wieder spielen? Bis ich den Plot krieg? Da muss ich ja. Aber machst du mich trotzdem fertig? Waaas? Qua-Klatsch. und mit einem helden so ich würde mal sagen Das war eine gute Ausbeute Letzte beiden Folgen haben sie zwei Niederlagen gesehen Jetzt zwei Gesieger Ich bin halt der Überking Tschüss Du bist ein Scheißdreck Deine Mutter